Hallo Drummer und Drummerinnen, jetzt geht es weiter mit kreativen Rockroofs. Ich habe wieder einen für euch ausgesucht und der sieht so aus. Ich habe wieder einen für euch ausgesucht. Ich habe wieder einen für euch ausgesucht. Ich habe wieder einen für euch ausgesucht. Das war ein weiterer kreativer Rockroof. Nur für euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.